Wir sind einer der größten Anbieter für Drohnenschulungen in Deutschland, haben 12 Standorte, wo wir diesen Drohnenführerschein und ähnliche Schulungen durchführen. Und über die Schulungen entwickelt hat sich, dass wir sehr viel Komplettpakete verkaufen. Das heißt, von einer kleinen Phantom-Einstiegslösung für 3.000 Euro mit Schulungen von ein, zwei Mitarbeitern bis hin zu großen Vermessungsdrohnen bekommen die Kunden alles aus einer Hand. Also bis zur Einstellung der Drohne, Software-Updates und Service, alles dabei. Unser neuestes Produkt ist eine Inneninspektionsdrohne, die heißt DROBI. Die hat eine sozusagen interne Beleuchtung, damit sie in dunklen Rohrleitungen, Schornsteinen etc. operieren kann und die die Bereiche, die inspiziert werden soll, ausleuchtet, weil eben da kein Licht verfügbar ist. Und wird eben von außen sozusagen über einen Monitor über das Live-Wild übertragen und dann von einem Bediener gesteuert.